Tipps bzw. Hilfen, wie du online als Texter Geld verdienen kannst. Tipp Nummer 1, nutze künstliche Intelligenzen, das heißt so etwas wie ChatGPT, Jenny, Jasper oder auch jetzt neu von Google, Google Bart. Das sind natürlich alles künstliche Intelligenzen, die dir beim Schreiben des Textes helfen können. Tipp Nummer 2, nutze Webseiten wie Quillbot oder wie Texte umschreiben oder wie Paraphraser, um deinen Text umschreiben zu lassen, um eine Plagiatsprüfung machen zu lassen und bei Quillbot hast du auch noch ein paar andere nette Möglichkeiten, die vielleicht interessant sein könnten. Tipp Nummer 3, nutze Webseiten wie Duden.de Rechtschreibprüfung online. Damit kannst du deinen Text auf Rechtschreibung und Grammatik überprüfen lassen, sofern der Text auf Deutsch ist. Sollte der Text auf Englisch sein, kannst du zum Beispiel Grammarly nutzen und damit dann den Text auf Rechtschreibung und Grammatik überprüfen. Tipp Nummer 4, falls du mit Übersetzungen Geld verdienst, könnte zum Beispiel DeepLübersetzer ganz interessant sein. Meiner Meinung nach der bessere Google Übersetzer. Damit kannst du den Text auf jeden Fall noch übersetzen, falls du da irgendwelche Hilfen benötigst. Tipp Nummer 5, nutze Webseiten wie Wortliga. Damit kannst du deinen Text analysieren lassen. Das heißt, da wird dann überprüft, so etwas wie die Lesbarkeit, sind da lange Sätze dabei, sind da passive Sätze dabei, unpersönliche Sprache, Füllwörter und so weiter und so kannst du dann ebenfalls deinen Text verbessern. Das ist ja, warum.